Das Jahr geht langsam zu Ende. Die kalten Tage kommen und die Vegetation macht sich bereit für den Winter. Eine Zeit, in der auch in unseren Gärten Ruhe einkehrt. Doch nicht für uns Landschaftsgärtner. Denn der Winter ist für uns die ideale Zeit, um auch Ihren Garten perfekt auf das neue Gartenjahr vorzubereiten. Damit er im nächsten Frühjahr umso schöner und strahlender erblüht, wenn sich die Sonne zeigt und die Wärme wiederkehrt. Denn die Liebe zu Ihrem Garten, das ist unser Job und unsere Leidenschaft. Und wir tun alles dafür, dass sich Ihre Pflanzen und Stauden wieder voll entfalten und Ihre Beete, Bäume und Sträucher Früchte tragen. Damit Ihre Terrasse nutzbar und Ihre Gartenküche einsatzbereit ist. Damit der Gartenbrunnen plätschert und der Pool lockt. Und damit das Leben und die Freude wieder Einzug halten. In Ihrem Garten. Also nutzen Sie die Winterzeit und machen jetzt Ihren Garten fit fürs neue Jahr. Zusammen mit uns, die Landschaftsgärtner.